Eins, zwei, drei. Okay? Lang, lang, kurz. Ja, das ist, wenn die Attacken an Schnellkummer, das ist, das ist, ja, das ist, halt, zweite, du bist du, ja, okay? Okay? Er ist der unschuldige Passant. Er ist einfach zufällig, er ist ganz zufällig, ist kein Freund von mir. Und jetzt der Schläger, der künft. Okay? Und ihr nutzt einfach die zweite Person als Opfer. Okay? Untertitelung des ZDF, 2020